Liebe Karolinerinnen und Karoliner, nach Ostern geschafft. Wir hoffen natürlich, wenn was übrig ist, immer her damit. Ihr wisst, wir naschen auch gerne. Aber das Stichwort immer her damit ist natürlich auch die Frage. Ihr wisst, die Wiederholung ist mitunter die Mutter des Erfolges. Wir haben mit der A-Woche begonnen. Jetzt am Donnerstag und Freitag hat wunderbar geklappt. Dank und Respekt an euch. Und die A-Woche geht natürlich mit dann Montag, Dienstag, Mittwoch bis zum 14.04. weiter. Und dann beginnt die B-Woche. In dem Zusammenhang habt ihr vielleicht mitbekommen, es gibt jetzt eine neue Regelung. Und die neue Regelung heißt immer wieder mittwochs. Man könnte fast einen Song daraus machen. Immer wieder mittwochs gibt es dann sozusagen eine Inzidenzzahl, nach der entschieden werden soll, wie es dann am Montag der Folgewoche weitergeht. Also nochmal, immer wieder mittwochs wird das sein. Wenn die Zahl sozusagen unter oder bis 150 ist, dann ist es so wie jetzt mit dem Distanzunterricht und den Abschlussklassen. Wenn sie über 150 ist, ganz einfach erzählt, dann sozusagen kommen die Abschlussklassen freiwillig in Präsenz und alle anderen sozusagen in Distanz. Also warten wir mal immer wieder ab, wie es dann am Mittwoch ist. Wir gehen jetzt davon aus, bis Mittwoch A-Woche, dann ab Donnerstag nächste Woche die B-Woche. Wir halten euch auf dem Laufenden. Und Stichwort Laufenden, wir haben mittlerweile, glaube ich, so das 157. Hinweisschreiben hier im Haus, was wir natürlich immer für euch auswerten. Also auch da halten wir euch auf dem Laufenden. Stichwort Laufenden, die Kultusministerkonferenz hat entschieden, wahrscheinlich nicht so eine große Überraschung für alle Beteiligten. Die Abiturprüfungen 2021 finden statt. Insofern an die Schülerinnen und Schüler der 12. Klasse nochmal zum Endspurt ansetzen. Wir versuchen alle zusammen das Beste herauszuholen. Und wie gesagt, der Hinweis am 23. April 2021 starten dann die schriftlichen Abiturprüfungen in diesem Jahr dann mit dem Fach Englisch. Ja, und es ist momentan etwas schwierig, sozusagen auch bestimmte Auslandsprojekte zu machen. Aber Fabia würde gerne mit euch ins Gespräch kommen. AFS ist so eine Organisation, die das organisiert. Sie hat das miterlebt und sie würde gerne euch, Schülerinnen und Schüler der 8. bis 12. Klassen, darüber informieren. Das wird am 20. April 2021 um 19 Uhr ein Zoom-Meeting sein. Wir werden das auch jetzt nochmal schriftlich raufstellen. Homepage und Instagram, wo ihr euch informieren könnt. Und dann Fabia folgen, die sich schon darauf freut, hier dann eure Fragen zu beantworten. Ja, Fragen beantworten, das ist auch ein gutes Stichwort. Wir hatten ein Quiz, das war diesmal nicht ganz einfach. Auch in der Kommunikation haben wir gesehen, viele haben sich daran versucht, haben dann doch nicht abgegeben. Ein Großteil hat abgegeben und sage und schreibe, sieben haben wirklich alles richtig, sodass wir heute auslosen müssen. Wir haben hier schon die sieben drin, das werden wir auslosen, aber zunächst wollen wir auflösen. Und die Nummer 1 war sozusagen Wesenberg, die Nummer 2 war Kleinviel, Nummer 3 war Kratzeburg, richtig, Nummer 4 Adamsdorf, Nummer 5 Miro, Nummer 6 Wansgar, Nummer 7 Bergfeld, genau, richtig. Nummer 8, kennt der ein oder andere vielleicht, Kapin, dann Nummer 9 Grünow, das war ja zu schnell. Also nochmal Grünow, so viel Zeit muss sein und dann am Ende sozusagen Feldberg. Das war letztendlich die richtige Reihenfolge, insofern nochmal Respekt an alle, die sie versucht haben. Und jetzt werden wir mal losen von den richtigen, das machen wir jetzt mal live hier, mal sehen, ob mir das gelingt. Die Zettel kleben ein bisschen. Janine sozusagen, ja, drei Gewinner werden wir auslosen, wie immer Gutschein 10 Euro, ihr könnt euch aussuchen, welchen Gutschein ihr haben wollt. Dann haben wir hier Nummer 2 von den richtigen Leo. Jetzt rühren wir nochmal richtig um hier und holen uns die Nummer 3. Wollen wir mal gucken, ja, das gelingt. Nummer 3 ist sozusagen dann Marie. Also herzlichen Glückwunsch. Ihr meldet euch bei uns, welchen Gutschein ihr haben wollt. Und dann schicken wir euch den zu. Ihr wisst, Gesundheit ist ein sehr, sehr großer Schatz. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf, seid gegrüßt und bleibt gesund. Und dann schicken wir euch auf, seid gegrüßt. Und dann schicken wir euch auf, seid gegrüßt. Vielen Dank.